Wir haben diese Frau auf der Depressionen auf der Öhrnachung. Das war am Anfang so, dann haben wir die ruhigkeitsgesetze. Ich habe es jetzt auf Ordnung, ich habe mal was rausnehmen können, dann habe ich mich nicht rausnehmen, wenn ich mich vermisse. Die sind ja immer heute. Ich habe mich gefragt, ob ich mich im Hotel fahre. Du warst echt total menschlich und du warst nicht auf der Welt, denn ich war da auf der Brücke im Hotel mit mir. Und die hat das voll... Ja, die hat auch noch ein bisschen gezogen. Und das ist das Wort, genau. Und die hat gesagt, weil ich habe dann auch noch ein Kloto gehabt, und die hat gesagt, normalerweise noch nie wieder da rein. Und sie, ja klar, jetzt sind sie aufgeregt und so. Und das war total nett. Und die hat das voll gestanden. Ja, ich habe gesagt, dass das so gut funktioniert. Ja, ich meine, ich denke, sollen wir dann an einem Klotterrecht sein... Sehr gut, sehr gut. Zuerst ja, reiß' einmal an. Ja, ich meine, die Handball kommt dann eh noch viel genug. Was ist das für eine Diagnose? Das ist ein Fond, das wird echt. Ja, genau. Und jetzt mache ich mal 1 Möder und 3 Möder. Jetzt habe ich die Zeit, weil ich schon ein bisschen schreibe, das ist 13 Möder. Aber es ist, ja, ja. Ja. Und dann brauche ich die Funktionen auch. Weil ich war jetzt später am Reich. Und dann habe ich das ja schon wieder gemacht. Jetzt habe ich die Kürzenblätter. Ja. Ja. Naja, also so, ich habe ja... Mein Großvater ist, dass ich ja... Das heißt, in der Frense kriege ich mehr. So habe ich wenige gekriegt.